so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ausgepackt hier aus dem hause modellburg könig ja heute habe ich mal wie ich finde eine kleine überraschung und warum das erzähle ich gleich ich komme erst mal zu den eckdaten von icm habe ich hier unter der nummer 35 360 im maßstab 1 zu 35 den berge panther mit panzerkampfwagen 4 turm und warum ist das eine überraschung tatsächlich gab es dieses modell meines wissens nach nur einmal von cyber hobby was ja eine abart oder eine marke von dragon ist dann hat das dragon noch mal separat rausgebracht so und tatsächlich ist da keiner beigegangen und der letzte panther von icm die haben wir schon ein berge panther das ist schon eine ganze ganze lange zeit her und wenn jetzt hier ein panzer 4 turm ist na das sieht wohl aus als ob es da eine ganze neue reihe demnächst geben würde so jetzt aber von der spekulation zu den fakten wir haben vier spritzlinge plus eine einsgliederkette das ist auch schon mal sehr bemerkenswert weil sonst immer vinylketten beiliegen dann haben wir eine separate ober und unterwanne 43 baustufen ein deken und bemal vorschläge eben für diese schwere panzer abteilung die halt diese exoten gefahren hat so 36 euro 95 das ist auch eine richtige ansage da möchte man auf jeden fall ja bei den modellbauern punkten so vom preis her sind die schon mal top da ist keiner günstiger wir kommen jetzt zu der anleitung die ist von icm gewohnheitsmäßig auch gut einziges manko oder kritik punktchen was ich da habe die farben die sich hier von a nach j erstrecken die sind halt nur mit den hauseigenen icm farben angegeben aber auf der icm seite ist auch eine umrechnung bzw eine konvertierungstabelle müsste man natürlich aber ein internet zugang voraussetzen so tut mir leid ich bin ein ganz bisschen verschnupft bei dem auf und ab bei dem wetter deswegen die nase gut dann haben wir das hier in englisch und das ganze hier in kirillisch also das wie gehabt wir fangen wir mit der anleitung an die ist auch ganz gewohnheitsmäßig hier mit den teilen mit der übersicht sollte wie gesagt echt gar kein problem sein das ding zusammenzukriegen der turm hier mehrteilig ich bin mal gespannt wie sich das ganze dann in der praxis bewährt wir fangen auch ganz konservativ an und zwar mit der an mit dem unterbau hier das sieht alles soweit schon ganz gut aus die teile sehen auch tatsächlich noch mal überarbeitet aus das problem bei dem icm bausatz bei dem panther war ja der das war relativ an der anfangszeit der war ziemlich rudimentär gehalten also ich bin gleich wirklich auf die teile gespannt und was uns da erwartet wie die detaillierung aussieht wie die einzelnen gravuren aussehen also ich bin da wirklich gespannt das was hier auch von einer anderen leitung ist das ist okay auch die geteilte mündung oder hier die geteilte ja kanone ist für den preis 37 euro also dabei ist die maus kein faden ab wie es so schön heißt naja dann macht da macht man nix so dann gucken wir uns jetzt hier die anderen sachen an so ein diegel und bemal vorschlägt mit der nummer 211 und das ist auch das was die literatur hergibt also beziehungsweise diese nummer hier wurde in fragezeichen angegeben weil da hier das nicht richtig zu erkennen ist da gibt es einen großen band drüber relativ vergriffen dann gab es noch mal von fedorowitsch oder irgend dem anders auf jeden fall ein nachdruck der war dann nicht ganz so gelungen da wurden auch viele entscheidende bilder und sachen weggelassen mittlerweile wird das gold gehypt so jetzt aber zurück zum bausatz der ja ich sag mal icm grau kunststoff sieht so ein bisschen aus wie das was mir früher gemacht hat dann gucken uns das ganze mal an und hier ober- und unterwanne das passt schmatzen zusammen das gefällt schon mal richtig gut so soll das sein und jetzt wollen wir uns natürlich mal die details im detail in der detailkamera hier dann auch angucken so da färlen uns auf jeden fall hier die unteren die wannen details die man ja in der regel sonst nicht so sieht auf aber auch hier die für die schwingarme auch das hier sehr schön zu sehen und vorne da kommen dann die anbauteile für die seiten vorgelege also das passt schon mal richtig gut so weit so heißt überzeugen dann kommt ja die oberwanne das ist dann schon wichtiger so und hier man kann das schön sehen vom trennschleifer beziehungsweise vom schneiden so muss es ja eher heißen da sind die spuren und auch speisnähte ist ein bisschen doof rüber zu bringen auf der in diesem kunststoff bisch ist ja mal wesentlich besser aber das was ich hier sehe und auch was die details hier die detailgetreuheit wiedergibt das sieht richtig richtig gut aus so wer jetzt der meinung ist das ding die wanne weiter zu finden der kann das natürlich machen das ist auch gar kein problem und zwar zeige ich euch das nämlich mal man könnte das hier zum beispiel durch jetzt teile ersetzen dann schneidet man das hier einfach ab so und macht das dann ran also wie gesagt der preis ist absolut heiß dafür die passgenauigkeit bei ober und unterwanne schon mal richtig gut dann ist hier auf jeden fall der neue spritzling mit dem panzer 4 turm ja und der sieht auch gar nicht mal so schlecht aus muss ich mal so sagen warum wir fangen mal an mit dem dach so und da sind sogar richtig schrauben zu sehen die schlitze sind da wiedergegeben ganz ungewöhnlich dass icm mehrere bauteile für den turm eingelegt hat sonst kennt man das ja dass man vielleicht ein ober oder unterteil hat hier hat man tatsächlich relativ viel bauteile und icm geht auch einen ganz anderen weg und dazu muss ich das ganze mal ablegen um euch das zu zeigen und zwar kann man sehen für den turm ist hier keine aussparung sondern nur eine vorrichtung um das turm bauteil hier anzubringen so und das ist geschlossen genau wie das bauteil und hier die sind offen der deckel ist auch geschlossen also ihr habt da nicht die möglichkeit den deckel offen zu lassen das auf jeden fall wie ich finde ein minus teil oder ein minus punkt weil dieser aufgesetzte panzer 4 turm der war ja bei dem berge panther nicht beweglich der ganze panzer musste immer gerichtet werden aber das halt die möglichkeit nicht gegeben ist dass hier zum beispiel die luken offen sind dass der turm deckel nicht offen ist oder so oder auch dass man hier die die staukasten hinten die rommelkiste nicht offen darstellen kann ja halt nicht ganz so schön weil das müsste man dann aufwendig nacharbeiten die details diesen richtig gut also wir haben hier die mieten die schweißnähte das ist alles genauso wie es sein soll auch die proportion von dem was ich jetzt hier mit bloßem auge sehen kann das passt auch so da ist einmal der turm ring der an der kommandantenkuppel ist und dann noch mal diese schön gemachte dach vom turm also ganz interessant wie ich eben tatsächlich dabei geht ganz anderer ansatz dann haben wir hier die anbauteile für die ja laufrollen ich kann es wirklich nicht beurteilen ob das die alten bauteile sind oder ob die überarbeitet sind es sind aber auch keine daten hier irgendwie vermerkt oder so was ich auf jeden fall sehe die ist hier die detaillierung und die sieht richtig gut aus also das abschleppseil ist und zwar mir lieber als kunststoffteil was ich sogar noch erhitzen und dann in form bringen kann als diese unsäglichen fahrer bremsseile so hersteller aufdruck auf den verlauf wollen haben wir nicht aber dafür eine schöne detaillierung und auch hier das antriebsrad sieht richtig gut aus der auspuff ist vorne offen wie man es schön sehen kann und auch klein zu feine anbauteile finden wir hier vor also das passt so weit ganz gut klarsicht teile gibt es nicht die sind hier aus dem normalen kunststoff da haben wir für den frühen panther d haben wir hier diese abstandshalter damit der fahrer dann sehen konnte wo er hinfährt also das ist auch soweit richtig kleinste feine schrauben haben wir hier kann man sehr schön sehen beziehungsweise diese flügel mutter so wir drehen das ganze mal um weil hier sind nämlich auch noch ein paar ganz interessante details konnten wir eben gar nicht sehen einmal hier für die lüftung und für die lüftergitter habe ich bis jetzt keine hetzteile gesehen also da wird man aber wir sind ja noch nicht durch da wird man sonst nämlich dann das nachrüsten müssen wenn man denn dann möchte so die seiten schützen die liegen als ja sind hier einteilig bei hier haben wir noch mal ein anderes paar beziehungsweise die verlängerung das sind die typischen panther d bauteile kann man sehr schön erkennen so und auch da gehen wir wieder ran für die werkzeuge sind die halterung mit angegossen so und hier dann dementsprechend die seiten schützen und auch weitere anbauteile ersatz lauf rolle könnte man jetzt hier noch verwenden wenn man denn möchte für das wischer gestänge zweiteilig werkzeuge der die stockwände relativ zusammenbau freundlich sind nur drei bauteile hier vorgesehen werkzeug anbauteile und dann hier das heck staukästen das haben wir hier seiten vorgelegen auch hier sehr schöne details genau das was man dann sehen möchte so und hier die anderen anbauteile genau richtig schön zu sehen antenne so und dass die verlängerung von den kotflügeln vorne die aufnahme für die kanone für den panda drehen wir das ganze einfach mal um weil hier sind nämlich auch noch mal schöne details die sonst nämlich von der anderen seite nicht zu sehen sind ja also interessantes konzept wirklich mal ganz anders als die anderen hersteller ja jetzt teile genau sind enthalten aber wir haben hier so und hier das ist relativ neu für mich dass ich ihm tatsächlich einzelieder ketten beilegt die dann hier mitgeliefert werden die müssen geklebt werden da sind keine pins drin extra mal nach angehen damit meine kurzsichtigkeit auch voll zu tragen kommt so von der detaillierung her genau richtig das sieht ganz gut aus da haben wir alles was wir brauchen das sind nämlich die frühen panther ketten ohne die stege hier das ist soweit richtig machen soweit einen guten eindruck die müssen auf jeden fall geklebt werden beweglich ist da also nix an ansonsten von der detaillierung also das ist okay wie als standard für die preisklasse voll und ganz ausreichend viermal ist dieser spritzling mit enthalten so dann bleibt am ende des tages genau wie gehabt der kleinen abziehbilder bogen den habe ich hier so und man achtet einmal auf die balken kreuze diese nämlich ein ganz bisschen anders wie die regel und dann haben wir hier noch eine produktionsnummer für die wanne die turmnummer und einmal für die abteilung die schwere panzer abteilung thomas 653 653 ich komme nämlich jedes mal durcheinander so und wie gesagt vom federovic verlag da gibt es einmal für die 653 gibt es ein hervorragendes werk und auch für die 654 da ist nämlich der ganze heiße scheiß bei der 53 drin auch ein t34 mit aufgesetzten flak feeling und ganz viele andere sachen und auch der porsche tiger 1 also wirklich wirklich interessante sachen die da zu finden sind dass man am rande leider wird das buch für sehr viel geld gehandelt es gab mal nachdruck da fehlten leider viele sachen und das war auch das war auch nicht sehr gut wenn man nämlich was nachdruckt und dann fehlt da was ja immer so eine sache fühlt man sich irgendwie am ende des tages nicht ganz so wohl wenn die sachen die einen eigentlich interessiert dann nicht vorhanden sind soja der panther kommen wir mal zur schluss betrachtung also man muss wirklich sagen für die jetzt passt alles so also 37 euro da ist der preis total heiß weiß ich persönlich nicht so gut finde dass man die luke für den kommandanten dass man die nicht offen lassen kann dass man die seitenteile nicht offen stehen lassen kann so wird man auf jeden fall daran behindert irgendwie eine figur oder so reinzustellen aber für den preis mit einer einzig wiederkette das passt schon was ich noch ergänzen würde das wären hinten die lüftergitter für den motor habt ihr gesehen das ist jeder standard aber wie ich das gerne jetzt auch noch zum vierten mal erzähle 37 euro das ist schon voll und ganz in ordnung so von mir gibt es dafür sieben von zehn möglichen schiller sternen ich bedanke mich recht herzlich für eure aufmerksamkeit ich hoffe ich konnte euch das kleine exemplar hier näher bringen bedanke mich auch nach oder zu oder für ecm in die ukraine dass wir hier ein muster erhalten haben vielen herzlichen dank dafür und wir sehen uns beim nächsten video euer christian von mbk